Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 1. September mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Eigentlich hätte heute auch die Polizei die Nachrichten machen können. Es war nämlich ganz schön viel los. Fangen wir mal in Altendorf an. In Altendorf ist eine junge Frau auf offener Straße niedergestochen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 30-jähriger Mann, den die Polizei auch mittlerweile schon festgenommen hat. Geholfen haben dabei Zeugen. Die haben die Tat mit angesehen und den 30-Jährigen verfolgt. Die Polizei konnte ihn so schnell festnehmen. Andere Menschen haben vor Ort der am Boden liegenden Frau erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen eingetroffen ist. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar. Das, was wir wissen, ist, dass der Täter mit der Frau zusammen Kinder hat. Die sind jetzt in Obhut des Jugendamtes. Weitere Hintergründe will eine Mordkommission jetzt rausfinden. Die ermittelt in dem Fall. Ein weiterer brutaler Überfall hat uns heute auch noch beschäftigt. Der ist aber ein bisschen länger her und stammt aus dem April. Nach dem brutalen Überfall auf ein Auto und die Insassen an der Wittenbergstraße hat die Polizei nämlich einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Polizisten griffen am Montag auf offener Straße in Rüttenscheid zu. Der festgenommene Mann soll zusammen mit mehreren Mittätern Mitte April versucht haben, die Insassen eines Autos zu töten. Der Vorfall an der Wittenbergstraße hatte für große Aufregung bei den Anwohnern gesorgt. Mehrere vermummte Männer hatten auf das Auto und die Insassen eingeprügelt. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Zumindest haben darauf Pistolenhülsen einer Schreckschusspistole am Tatort hingedeutet. Ein Mann konnte unmittelbar nach der Tat gefasst werden. Der zweite stellte sich, nachdem die Polizei mit Fotos nach den Männern gesucht hatte. Und der dritte, der wurde eben jetzt am Montag festgenommen. Gegen die drei festgenommene Männer wird weiter ermittelt. In einem anderen Fall gibt es jetzt eine Rolle rückwärts. Der Fahrer des auf der A40 ausgebrannten Tanklasters ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hatte ihn letzte Woche festgenommen, weil er sich angeblich in die Türkei absetzen wollte. Auf Nachfrage von Radio Essen korrigierte sich die Staatsanwaltschaft. Der Mann wollte nur Urlaub machen. Er sei aber seit dem Brand auf der A40 vor einem Jahr nicht für die Staatsanwaltschaft greifbar gewesen, sagte eine Sprecherin auf Radio Essen Nachfrage. Er hatte eine Entzugstherapie gemacht. Das wusste die Staatsanwaltschaft aber nicht. Der Tanklaster soll wegen eines alkoholbedingten Fahrfehlers des Mannes Feuer gefangen haben. Es wird weiter gegen ihn ermittelt. Neben den ganzen Polizeimeldungen gab es heute aber auch was anderes als Blaulichtmeldungen. Wir haben bei Radio Essen heute Morgen auf eine wichtige und sehr schlechte Entwicklung bei uns in Essen aufmerksam gemacht. Wir haben uns nämlich die Impfzahlen der Stadt genauer angeguckt. Und dabei fällt auf, die Impfkampagne bei uns in Essen kommt immer langsamer voran. Von Mai bis Juni stieg die Impfquote bei uns um fast 20 Prozentpunkte. Die beiden Monate danach nur noch um jeweils 10 und zuletzt im August nicht mal mehr um 5 Prozentpunkte. Und wie will die Stadt diesen Trend brechen? Immerhin schließt das Impfzentrum in Rüttenscheid ja Ende des Monats und auch unter Eltern sammelt sich Frust über Ansteckungen in Schulen oder Kitas. Die Stadt setzt immer stärker auf niedrigschwellige Impfangebote in den Stadtteilen. Sie sagt, dass die Angebote auch gut angenommen werden. Die nackten Zahlen sehen aber anders aus. Letzte Woche gab es bei uns in Essen insgesamt 3600 Erstimpfungen. Ein eher kleiner Teil davon bei den Aktionen in den Stadtteilen. Im Mai haben sich in einer Woche noch 21.600 Menschen zum ersten Mal impfen lassen. Oberbürgermeister Thomas Kufen stand wegen anderer Termine leider nicht für ein Interview für Radio Essen zur Verfügung. Die nächsten 19 Sirenen werden gerade bei uns in Essen aufgebaut und getestet. 30 stehen schon, vor allem im Norden der Stadt. Es kommen aber auch im Essener Süden welche dazu, unter anderem in Freisenbruch, Burg Altendorf, Werden und Kettwig. Wenn die alle stehen, sollen noch 37 weitere Sirenen dazukommen und das Netz kompletieren. Es soll eingeschaltet werden, um die Essener zu warnen, zum Beispiel bei Bombenentschärfungen, schwerem Sturm oder wie zuletzt beim Hochwasser der Ruhe. Und das war überregional wichtig. Es wird wohl bald mehr dritte Corona-Impfungen geben, die sogenannten Auffrischungsimpfungen. Die Ständige Impfkommission will die Drittimpfung für Senioren und Immungeschwächte empfehlen. Noch laufe die Datenauswertung dazu, sagte Stiko-Chef Mertens. Lange werde es aber nicht mehr dauern. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Die dicken Wolken vom Nachmittag lockern immer weiter auf, je später es wird heute. Morgen dann zum Start in den Tag vereinzelt Nebel. Später drückt sich die Sonne durch. Es bleibt trocken bei höchstens 24 Grad in Holsterhausen oder Kupferdreh. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es morgen wieder im Programm. Ab 6 Uhr bei Radio Essen. Und natürlich gibt es die auch jederzeit online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schiltheuer und wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.